Ich möchte das Habit aufgreifen von dir, die Habits, also die Gewohnheiten, das ist, glaube ich, die beste deutsche Übersetzung dafür. Und da dann auf das Buch Atomic Habits kommen, wo ich den Autor jetzt vergessen habe. Weil nämlich, was mir jetzt aufgefallen ist, in deiner Erzählung, dass nämlich, wenn wir das ein bisschen abstrahieren und das sozusagen als Tools alles sehen, was es für Möglichkeiten gibt, dann finde ich, dass man sagen muss, dass Jahresvorsätze oder Neujahrsvorsätze einfach ein schlechtes Tool sind, weil sie einfach in sich keine Reflexionsschleifen drinnen haben, weil sie in sich irgendwie keine Veränderung deines, also ich möchte jetzt nicht Bewusstseins sagen, aber deiner Sichtweise auf dich selber haben. Und wenn ich jetzt ein, zwei Sachen, vielleicht schaffe ich drei, von Atomic Habits herausnehme, wie er das sieht, dann ist ein wunderbares Buch übrigens, was ich jedem nur empfehlen kann, an der irgendwie Veränderungen für sich und sein Leben angehen möchte, dann geht es in vielen Aspekten einmal darum, wie siehst du dich selber zu diesem Thema. Also er bringt, ich glaube, das Beispiel hatte ich schon mal, er bringt dieses Beispiel übers Rauchen. Wenn du zwei Leute fragst, die gerade im Prozess sind, sich das Rauchen abzugewöhnen, wenn du die fragst, hey, magst du eine Zigarette auch haben? Und der eine sagt, nein, weil ich gewöhne mir gerade das Rauchen, ich probiere gerade mit dem Rauchen aufzuhören und der andere sagt, nein, ich bin nicht Raucher. Na rat einmal, wer nach wenigen Monaten erfolgreicher dabei sein wird, mit dem Rauchen aufgehört zu haben, als der andere, weil es einfach eine andere Sichtweise auf die Dinge ist. Genauso wie man sagen kann, ich bin ein Mensch, der ins Fitnesscenter geht und dort workoutet. oder sich zwei Wochen lang, Anfang Jänner, sich ins Fitnessstudio schleppt, weil er irgendwie jetzt vorhat, öfters ins Fitnessstudio zu gehen. Aber er sieht sich nicht als Mensch, der Fitness macht oder Sport macht oder der ein Sportler ist. Also so in die Richtung. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Dinge, wie man sich selber durch zum Beispiel Verkettung von diesen Habits, zum Beispiel über eine Morgenroutine, wo man sagt, okay, ich stehe auf, dann gehe ich ins Bad, im Bad tue ich mir meine Zähneputzen, nach dem Zähneputzen tue ich, ich weiß nicht, das Mundwasser nehmen und mache, ich weiß nicht was, und mache dort drei Turnübungen. Und nach den drei Turnübungen gehe ich wieder zurück in mein Schlafzimmer und mache dort mein Bett. Und nach dem Bett, weiß ich nicht, gehe ich raus am Balkon, nur die Blumen gießen und dann mache ich, also so ein Ding bezieht sich auf das andere, auf das andere, auf das andere. Und du schaffst ihn ab von kürzester Zeit, solche Habits, Gewohnheiten neu aufzubauen und wirklich in dein Leben zu implementieren und nicht irgendwie so da im Hinterkopf zu haben, ja und eigentlich sollte ich öfters ins Gym gehen, weil das wird, wie wir wissen, nicht funktionieren. Und das wird, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen. Und das wird, wie wir sehen.